Hallo liebe Abonnenten, nach einer sehr langen Produktionspause kann ich euch endlich unser neuestes Projekt verkünden. Das Hörspiel Annabelle wird im Herbst 2023 als Buch erscheinen, diesmal vollständig mit Ende. Ihr könnt euch auf 270 Seiten voller Spannung und Illustrationen freuen. Wie ich in einem vorherigen Infovideo bereits erklärt habe, können wir die Hörspielproduktion dieses Projektes leider nicht fortführen. Dafür wird es aber ein Hörbuch geben, das einer unserer Sprecher lesen wird. Auf Instagram werden wir vorab auch schon Informationen zum Buch teilen, wann genau der Veröffentlichungstermin ist, vielleicht gibt es sogar ein kleines Gewinnspiel, Titelraten, solche Sachen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall da mal einen Blick reinzuwerfen. Macht's gut und freut euch schon mal auf die spannende Diebesgeschichte im Herbst. Ich t'en brauche Potenzial.